Baby Blues Nightmare Pass zu unseren Augen New Game Oh mein Gott Let's go Shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark Aiden was a very, very special boy He was a bit different than the other kids around his age Instead of playing with the other kids, he loved to play with his toys While all the other kids chose the most beautiful dolls to play with Aiden, on the other hand, used to ask all the time Why the other dolls were always getting older While only the beautiful ones get the most attention So Aiden loved to collect the least beautiful dolls So they don't feel left out Aiden always felt sad when someone was being left out He wanted to be kind to everyone Despite their looks Aiden was obsessed with a show called Red Belly and Friends What the fuck Also die Mutter erzählt gerade dem Jungen uns Eine Gruselgeschichte What the fuck Aiden got to sleep next to him Because they made him feel safe The real monsters wouldn't come near him Because the dolls were his protection Aiden never went anywhere without them Everywhere he went, he took them with him Each and every one of them Until one day, they were gone Maybe it was the work of Red Belly The nicest one among the group Because sometimes The real monsters Come in a nice way What the fuck Friendly face Good night Good night Ja, natürlich Mama Oh mein Gott Ich übersetze das Also die Mutter hat eigentlich nur Eine Gute Nacht Geschichte erzählt Von den Puppen Es gab einen Jungen Der hatte solche Puppen gehabt Und der hat sich unwohl gefühlt Und deswegen hat er sich die und die Puppe rausgepickt Damit er sich sicher fühlt Aber Monster suchen sich immer Eine kleine Lücke Wo die sich durchschleichen können Um Ja, Ärger und was auch immer machen zu können Schrecken und dies und jenes Aber irgendwann sind die Puppen weggegangen Oder abgegeben worden Und jetzt sind wir das Kind Also wir spielen das Kind Leck mich am Arsch Oh mein Gott, wie süß Ich finde alle deine fünf Puppen Schaut mal, wir haben ein Wir haben ein scheiß Letzchen Ein scheiß Dings, wie heißt das? Wie heißt das? Äh Wie heißt das bei Babys? Sagt schnell, fuck Mann, ich hab den Namen vergessen Wie süß ein Buddy So, wir müssen fünf unserer Puppen finden Oh Gott, der blinzelt auch noch Eins Und das tun wir in unserem Bett Ja Eins Scheiße Achso, das ist ne Oh shit Rotate Achso, hier Okay Keine Augen Zwei Scheiße Oh, die Kamera ist ein bisschen Gewöhnungsbedürftig 20 Grad Ja, so viel brauchen auch Kinder Zumindest Kleinkinder Oh, ist das süß Ich kann springen Ich kann springen Oh Wir haben zwei Drei Das ist süß Das ist süß gemacht Drei Vier Ist da hinten Mindestens zwei oder drei Wenn überhaupt Ja, Maximum Lucifer, genau Maximum Wir brauchen noch zwei Spielzeuge Nee 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 Da müssen wir jetzt mal gucken Nee, auch nicht Aber da oben Ah, hier Ach du Scheiße Wee Oh, da unten Hosenscheiße Wee Wee Eins Zwei Drei Vier Noch eine Puppe Ich glaub da oben Oh, das geht gar nicht Okay Dann wahrscheinlich da Hä Oh, mein Gott Oh, mein Gott Was ist das? Oh mein Gott, unsere Eltern, unsere Eltern streiten sich. Ich glaube, das Spiel zählt, oh wie süß, das Spiel zählt darauf hin, wie das Kind die Welt sieht, wenn Eltern sich streiten und sowas. Okay, wir brauchen unseren, okay, 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 Moment, Moment, Moment. Die streiten sich gerade. Ich höre nicht mehr auf dich. Ach komm schon, ja, diese eine Bitch, mit der du geredet hast und bla 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 und bla bla bla. Ich bin jetzt raus hier. Nur weil ich mit dir gesprochen habe, ach komm schon, warum stellst du dich so an? Oh was zum! Das ist unsere fünfte Puppe, glaube ich. Wir bringen sie kurz... What the f... Ach scheiße, ist das... Ne, 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 dann wird es das sein, was ich hier gesehen habe. Boah, die Physik ist nice. Hallo KASIMARUNIKO! What the f... Warum hast du dich... Gottverdammte Rate mitgemacht, KASIMARUNIKO! Wir sind doch nur ein Kind, wir sind doch nur zwei oder drei. Eins plus eins ist gleich zwei. Zwei plus zwei ist gleich vier. Null plus null, what the f... In mein Ass gibt es nix zu sehen. Oh man kann ran zoomen, geil. Oh was, was stand da? Eins plus eins ist gleich... Zwei. Zwei plus zwei ist gleich. Vier. Null plus null ist gleich. Zwei. 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 dachte dir ich meine was pervers ist das ist r2 d2 verdammte scheiße so wie kann ich den stück wegpacken kann schon irgendwie wegpacken oder so ich kann hier malen ich kann überall malen man kann hochklettern hier ich bin zwar zwei aber ich weiß ganz genau was hier gemeint wird jetzt machen wir kurz unsere mami und das haben papi was so und jetzt so 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 nein kein sauerstoff nein so weiter geht's so einmal das so jetzt oh shit oh mein gott wir können da hoch wartet mal wartet mal wartet mal wartet mal oh das geht okay oh mein gott ich bin hochgekommen so jetzt jetzt haben wir den schlüssel raus hier raus hier aus dem zimmer was haben wir denn alles gemalt oh mein gott oh mein gott oh mein gott wir werden so gefickt von unseren eltern oh wie süß ja wir sind ein kleines kind zwei drei jahre alt jetzt krabbeln wir wieder rein oh ist das süß oder süß chat das ist süß ne oh scheiße oh mein gott oh wo 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 Da hat man scheiß Teddybär mit reingenommen, ne? Wer war das? Ja, das war ein Geräusch. Das war das Geräusch von einem Teddybär, der mich gleich fickt. Und dann gibt es nur noch Katzenbibis als Teddybierchen. Raus, raus hier, raus hier. Obwohl das hier... Scheiße, das habe ich aber nicht herger... Fickt euch alle! Boah, das ist so abgefuckt, das ist so abgefuckt. Aber ich finde das hart, wie authentisch das Ganze ist. Wie die Kinder die Welt sehen, ne? Das ist krass. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, wenn wir... Oh mein Gott, wir weinen. Wenn wir weinen, dann sehen uns die Monster oder irgendwas, was... Oh mein Gott. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh mein Gott, was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh Gott, das macht mich so traurig gerade. Spiel, spiel doch irgendwas. Was muss ich machen, Chad? Was muss ich machen? Was muss ich machen, damit das Kind aufhören zu wollen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schokolade essen. Oh mein Gott, Schokolade. Nimm die Schokolade mit. Tap. Ach so, ja, ja. Das haben wir gerade gemacht. Okay. Alles klar. Oh mein Gott. What the fuck? Wie geht's der Fox nicht? Okay, das Schreien ist praktisch unser Leben. Wenn wir weniger Leben haben, desto mehr schreien wir. What the fuck? Was war das jetzt gerade? Ist das echt die Welt? Ist das echt die Welt, die ein Kind sieht? Ich meine, wir haben schon echt viele Spiele gespielt. Äh, 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 wo wir aus Sicht des Kindes die Welt gesehen haben. Und das war, äh, ich weiß nicht mehr, wie das letzte Spiel hieß. Das haben wir schon letztes Jahr, glaube ich, gespielt. Das war sehr, sehr geil. Mit dem Teddybären. Wo er seinen Teddybär finden muss. Aber seine Eltern schlagen ihn irgendwie oder so. Das ist so heftig. Oh, hier lang. Man kann sich irgendwie... Irgendwie auch verstecken, ne? Hab ich das Gefühl. Und das mit den Augen auf und zu, das ist... Ah, okay. Okay, aah! Der Apfel sorgt für, äh, ähm... Äh, hier links, seht ihr das, ne? Da haben wir, äh, Leben. 100 haben wir jetzt aktuell. Wenn wir jetzt Leben verlieren sollten, könnten wir mit dem Apfel unser Leben wiederherstellen. Mit Schokolade und Süßes, äh, wird unser Gemütszustand, äh, verbessert. Okay, gut zu wissen. Oh nein, nicht in den Keller. Äh, also wirklich... Ich, ich hab's, ich hab's satt. Ich hab's wirklich satt. Ich hab's wirklich satt, in den verfickten Keller immer jedes Mal zu gehen. Und was finden wir da? Nur... Verderben. In diesem Sinne, gehen wir da runter. So, jetzt gehen wir ins Verderben. In den Keller. Und das als Baby. Wenn wir weinen sollten, ne? Direkt Schoki. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Hier ist über... Oh mein Gott, okay. Okay, die Dinger. Ist das süß. Ist das süß. Die können die Gegner, äh, oder die Monster, oder wer auch immer, äh, uns verfolgen. Wird... Anlocken. Das ist süß. Schau mal, Gamero. Oh, ist das... Ist das süß, oder süß? Scheiße, was ist mit dir los? What the f... Scheiße, ich kann hier nicht durch. What the... Ach, du verfickte Scheiße. Scheiße, wir sind doch nur ein kleines Kind. Oh mein Gott, da wird jemand abgeschlachtet. Ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Ich weiß nicht, wer da abgeschlachtet wird. Ist mir auch völlig egal. Ich bin... Ich bin... What the fuck? What the... Ich weiß nicht, wer das fliesst! Ich bin ein kleines Baby, lass mich in Ruhe, ihr kleinen Ficker. Oh, 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 oh. Oh, wow, what the Puppen, überall Puppen Überall Puppen, leck mich am Arsch, überall Schokolade, Schokolade Für Schokolade tue ich alles Tue, tue, tue ich alles Nicht tue ich alles, tue ich Oh mein Gott, okay, alles klar Was war da in der Ecke? Das war Foxy Foxy will uns hier Die Schokolade annehmen Du kleiner Pfeff Schokolade, 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 Schokolade Schokolade, Schokolade Epic Games, klopft ihr da gerade an der Türe, Ihr kleinen Ficker? Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Schokolade, Schokolade, Schokolade Schokolade, Schokolade Oh mein Gott Es ist mir scheißegal, ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich muss hier raus Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, die werden noch aggressiver Die werden noch aggressiver Folgendes Guter Gedanke, Gamero Das ist das, was ich noch sagen wollte PC-Ports sind wieder anders als Konsolen-Ports Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Bibi, Bibi, raus Bibi muss raus Bibi muss raus Bibi muss raus Oh, schaut mal! Oh mein Gott, desto mehr wir mitnehmen, desto schwerer wird unser Wagen. Oh. Oh mein Gott, wie süß, da oben steht der Name vom Spiel. Ja, let's go! Damit locken wir das Monster. Oh, das ist so süß! Oh, scheiße, fickt eure Mütter! Fickt eure Mütter! Ich bin's, deine Mutter. Oh mein Gott, du musst ins Bett gehen, sag ich. Komm zu Mutter! Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Okay, 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 okay. They see me rollin'! AAAAAAAHHHHH!!!! ich wollte gerade den song die sie mir rollen und ein und ein und ein und ein und ein und ein wir müssen die puppen finden wir müssen die puppen finden ja es ist voll version und anderen keine demo vollversion wir müssen die puppen finden das war nur der anfang war es ist so ein gutes game das ist so ein scheiß gutes game habt ihr gerade gehört wie die mutter gesagt hat nanny komm zu mami you need to sleep i need to fuck okay wir müssen hier raus wir müssen hier raus die giraffe wir müssen ja verfickt nochmal raus oh shit oh shit schon wieder schon wieder schon wieder ist uns ein missgeschick passiert aber wir können uns hier verstecken chat glaube ich okay wir müssen die tür hier auf bekommen hallo nadine okay wir brauchen sowas wie fuck scheiße ich bin ein kind ich lerne noch ich lerne noch gamero ich lerne noch wir klettern jetzt hier hoch wir sind nur ein kind uns passiert schon nichts oder chat nee uns passiert nichts ach quatsch quatsch das einzige was passieren wird ist wenn uns irgendwas aus dem bildschirm springt hier passiert nichts gar nichts gar nichts nö oh shit oh what the fuck tut mir leid bibi du kannst du kannst Backpacks finden die dir ermöglichen mehr Sachen ah damit können wir noch mehr tragen 2 4 6 7 okay sooo das nehmen wir jetzt mal mit moment bevor wir das mitnehmen okay nichts okay nichts hä achso ja moment dann muss dann muss ah oh 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 wir haben es geschafft 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 Fun House Chilled Care Fun House Seh dich mal an Siehst du aus wie ein Funny Bunny Honey Cani Chani Lali Du siehst aus wie Weiß ich nicht Oh mein Gott Okay das Glas Kann man brechen Alles klar Zerbrechen 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 Das ist das was ich sagen wollte Zerbrechen Aber das wird ultra laut Das wird ja ultra laut Wie soll ich das denn zerbrechen Wir nehmen jetzt mal den Ball Mal gucken ob wir mit dem Ball Ob wir mit dem Ball Jawohl Nice Nice Okay Okay Nicht nice Nicht nice Mutti 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 Mama Mama Ich bin in einem scheiß Body Ich hab gekackt Ich muss die Kacke wegbekommen Das war ich nicht Das war ich nicht Ich schwörs euch Das war ich nicht Das war ich nicht Das Kind hat gerade Mami gesagt Okay wir können uns Hier verstecken Oh wir können uns hier verstecken Okay Können wir rausgucken Ne geht nicht Wir können nicht rausgucken Das ist so asozial Okay wir müssen Ah ja ja Ich seh schon Ich seh schon Und ich sag euch was jetzt passiert Das sieht man schon Es ist so programmiert Soweit wir den Ball Nehmen Fenster am Arsch machen Kommt jemand durch die Tür Und wir müssen uns verstecken Schaut Schaut Okay V4 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 Fickt euch Fickt euch Fickt euch V4 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Geh rein Ja nach dem Game Nach dem Game Nach dem Game Nach dem Game Oh mein Gott Das ist ein Asset Haben wir schon lange 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 nicht mehr gesehen Aber das ist ein Asset Oh scheiße Ficken Oh mein Gott Hat der mich angeguckt Oh hier können wir unseren Spielstand speichern Safe Game Oh mein Gott Wir können Wir haben gespeichert Okay wir haben nichts Wir können uns da verstecken Chocolate Wie viel haben wir Einen Okay Mama Mami Mami Meine Winde Muss gemacht werden Mama Mama Meine Winde Meine Winde Muss gemacht werden Mama Was haben wir eigentlich aufgemacht Ich glaube das eine Tor Ne Jetzt müssen wir nochmal Zwei AHHHHH Oh 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 Jetzt passiert es 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 Oh mein Gott Nein 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 Ich akzeptiere das nicht Oh mein Gott Nein Aiden 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 Das ist unsere Mutter glaube ich Also irgendwas Also ich glaube dass unsere Eltern uns missbraucht haben Also ich sage so wie es ist Chat Ich sage so wie es ist Ich glaube dass die das Kind missbraucht haben Entweder mit mit keine Ahnung mit Schläge oder mit irgendwas anderem Aber Fuck Aber irgendwas ist passiert Also man muss das so sagen wie es ist Das war auch nicht anders bei dem anderen Game Oh scheiße Moment Ich glaube nicht dass wir einfach durch können oder Doch 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 Es hat geklappt Es hat geklappt Das war laut Oder gekillt Nein Nein Ich glaube nicht Der Streit mit den Eltern am Anfang war schon War schon heftig Oh wir brauchen einen Stuhl Oh mein Gott Und da ist eine Tür Da kommt jetzt einer raus Da kommt einer raus Da kommt einer raus Hier ist überall Blut Ich bin's Aiden Ich bin's Deine Mutter Kannst du ein guter Junge für deine Mutter sein und die Tür öffnen Deine Mutter wartet Öffne die Tür Ich bin's Öffne die Tür Jetzt sofort Oh scheiße Alter das hat was mit den Eltern zu tun Also das kannst du mir nicht erzählen Das kannst du mir nicht erzählen So just Do it Make your dreams Come true Die kleinen Ficker Die kleinen Ficker Ich hab die Orientierung verloren Da oben ist der Schlüssel Boah das ist so süß gemacht Das ist so abgefuckt süß gemacht Oh nein Wir reden gar nicht Wir reden gar nicht Wir liegen los und ficken nur Wir liegen los und ficken nur Okay Lass uns einfach nur ficken Lass uns einfach nur ficken Scheiß drauf Lass uns einfach nur ficken Geh rein Geh rein Ich nehme alles zurück was ich gerade gesagt habe Die letzten 30 Sekunden Fuck Nein Die letzten 50 Sekunden Ich bin doch geil Ich bin doch nur ein kleines Kind Ich will doch nur Ich will doch nur Ich will doch nur Zu Mami gehen Es gibt kein Kaffeekränzchen Das war die Mutter ne Okay wir wissen jetzt Was das die Mama ist Warum ist die Mama Ein Monster Warum ist die Mama Ein Monster Warum frage ich mich Zweimal Weil ich Schiss hab Und ich hab geschissen Deswegen frage ich zweimal Ich hab geschissen Und es ist beschissen Gamero Bist du das? Was? Okay Ein Objekt Kann die Tür öffnen? Was für ein Objekt? Achso Hier Hier Ich seh's schon Ich seh nichts Ich seh nichts Check bitte Bitte Check Oh mein Gott Ich dachte Ihr habt einen Bildschirm Dunkel gemacht Euer kleinen Ficker Ich hab gerade gedacht Ihr macht Find mal Verfickt doch Die verfickten Map And Arrows Can Guard You Ich Speichere erstmal ab Ich quatsch Jetzt mal gleich mal Erstmal hier Schokolade Schöne leckere Milch Eine schöne Frische Leckere Milch Eine verfickt Leckere Milch Geh rein Geh rein Das sind die Puppen Das sind die Puppen Die wir in unserem Bett haben Schrägstrich Hatten Oh mein Gott Jetzt wird's ernst Jetzt wird's ernst Das ist unsere Mutter It's me Your mother The fuck Go fuck yourself Mama Wir haben Angst Wir haben Angst Wir haben Angst Wir haben Angst Scheiße Wir brauchen einen Stuhl Oder sowas Wir müssen da rein Wir müssen da rein Wir müssen da rein Wir müssen da rein Wir brauchen einen scheiß Feuerlöcher Wir müssen da rein Wir müssen da rein Es tut mir so leid Kantana Kantana Es tut mir so leid Das ist Oh Nimm den scheiß Stuhl Einen geschenkten Gaul Einen geschenkten Gaul Schaut man nicht ins Maul Sondern ins Arschloch Das tun wir gerade Wir schauen dem Gaul In dem Arsch Wir schauen dem in den Gottverdammten Arsch Denn wir schauen dem nicht ins Maul Denn der ist geschenkt Mach auf Mach auf Mach auf Mach auf Einen scheiß geschenkten Gaul Alter Das scheiße Ah Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab das Kind verletzt Oh mein Gott Das ist ne Schande Das ist ne Schande Ich hab grad das Kind verletzt Wo ist mein scheiß Apfel Trink Trink mein Kind Trink mein Sohn Trink Okay Da geht's nicht weiter Glaube ich Ne Trink Trink mein Sohn Trink Trink aus meiner Zitze Trink Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Und nen scheiß Stuhl Hab ich auch noch Nimm den Stuhl Nimm den Stuhl Baby Nimm den Stuhl Baby Turn around I can't see you As in I want you get some I want you get some Baby Turn around And can't see you As baby Welcome to Red Belly Welcome to Red Belly Friends Welcome to Red Belly Friends The Jumps Show Oh we can't see you Oh we can't do that Oh we can do that But we have to go up Mies We have to go up Scheiße 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 Nein! Nee! Brauch ich jetzt auch Schokolade, weil ich weinen muss? Fuck! Fuck! Nein! Fick doch die Verfickten, Alter. Warum geht das nicht? Ich hab keine Ausdauer. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, dass wir Ausdauer haben hier unten rechts. Wo man eine scheiß verfickte Hurenkatze ist. Das hab ich vollkommen vergessen. Hauptsache ich spring hier Seelen ruhig. So, wir chillen kurz. Jawohl, 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 jawohl. Aber da komm ich nicht hoch. Da komm ich nicht hoch, Chad. Oh doch, ich komm da hoch. Wir haben unsere erste Puppe. What the f... Geh runter. Ach du Scheiße, das arme Kind. Warum sieht das arme Kind das, was es sehen muss? Kettenroche, ja genau. Wie das Spiel davor, ne? Genau. Genauso, Gamero. Genauso ist es. Wir laufen kurz in die Richtung, weil ich will gerne wissen, was hier... Oh, ein Nussknacker. Ach so. Ist ja nicht so, dass wir jetzt so schon gefickt werden. Nee. Meine Eier, meine Nüsse, Eier werden jetzt schön geknackt. Knick, knack. Mit dem Mund. Wollt ihr mich verarschen? Boah, ich werd so geknackt jetzt. Ich werd so geknackt. Ich sag euch, wie's ist. Ich bin zwar ein kleines Bibi jetzt in dem Spiel, aber meine Eier werden sowas von geknackt. Da, hol mir doch einer ein Blüttchen. Ah, Mama, 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 nicht Fickifick machen. Wow, die Hände. Oh. Oh, sehr schön. Sehr schön. Zwei von fünf. Wir brauchen noch drei Püppchen. Ah! Okay, alle sind wach im Haus. Alle sind wach im Haus. Alle sind wach im Haus. Fickt euch. Fickt euch. Ich hab nen Schluck auf, weil ich mich entschreckt hab. Moment. Fickt dich. Und deine Nüsse. Fickt dich und deine Nüsse. Nur weil du keine Nüsse hast, musst du meine Nüsse nicht knacken. Itzi Bitsi Spider, die Spinne ist zu Hause. Abfackeln tu ich alles, denn ich will keine Spinne. Itzi Bitsi Spider, ich will doch nur nach Ha... Okay. Okay. Nach Hause. Ne Mene Miste, es rappelt in der Kiste. Eine kleine Nüsse auf dem See und wo es sieh, ich seh sie nicht, denn ich bin da. Was war das grad für ein Ton. Was war das grad für ein Ton? Oh mein Gott. Mama, 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 Mama. Wo, 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 wo? Hier, hier ist verstecken. Hier, hier ist verstecken. Da. Scheiße, fickt doch die, wer fickt, man. Scheiße, fickt doch die, wer fickt, man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die müssen wir mitnehmen. Wohin? Wohin? Kommt der mit? Einen Moment. Äh, wie war der Code? Wie war der Code? Wie war der Code? Wie war der Code? 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2. Das sind die Brötchen, die ich morgens immer esse. Bob, der Meister. Yo, wir lieben dich. In den After. Nein, so geht es nicht. Uli und Ben. Ben und Jesse. Jesse und Klaus. Mach die Scheiß-Tür auf. Shut the fuck up. Mach die Scheiß-Tür auf, Mann. So, und hier muss irgendein. Wo ist er? Da ist er. Wir haben ihn. 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 Was haben wir? Puppe. Puppe? Das reicht, ne? Ne Milch. Ne frische Milch. Ne frische. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Boah, das ist so asozial. Das ist so asozial gewesen. Boah, das ist so abgefuckt asozial gewesen. Kurz auf Toilette gewesen, dann komme ich wieder zurück und dann werde ich gefickt. Ich werde so hart gefickt. In meinem Pipi-Loch werde ich gefickt. Das ist so ein Abfuck. Das ist so ein Abfuck. Also das war jetzt reudig. Das war jetzt reudig. Ich trau dem Spiel nicht mehr. Oh ja, jetzt kommt auch doch das Geräusch, wie ich gepisst habe. Super. Wer pisst dir? Wer pisst dir? Nimm. Nimm, nimm, nimm. Da müssen wir hin. Was stand da? Was stand da? Wir müssen hoch was da stand. Ein screwdriver. Ein Schraubendreher. Schraubendreher. Schraubendreher brauchen wir. Ein Schraubendreher. Ich drehe mir gleich die Schraube in meinem Töpfchen. Diese Pipdinger sind übrigens geil. Scheiße. Wir können uns da auch verstecken. Mama, nein. Mama, tu mir nicht weh. Scheiße, wir müssen da rüber. Wir brauchen den Stuhl. Wir brauchen den Stuhl. Wir gehen nochmal zurück. Nicht so viel rennen. Nicht so viel rennen. Nicht so viel rennen. Scheiße, leck mich am Arsch. Nein, tut ihr nicht. Wo ist der Stuhl? Wo ist der? Der war doch hier. Scheiße, der war doch hier. Wo ist der hin? Ach so, da. Ja, moin. Der ist rot. Nicht erkannt. Wir müssen kurz warten. So, let's go. Was war das? Scheiße. Scheiße. Nein! Das war zu laut. Hier lang, hier lang, hier lang. Ja, ach so. Ich komme zurück. Oh, schaut mal wie süß. Ganz viele Gameros. Ganz viele Gameros. Es ist so perfekt süß. Es ist so süß. Schaut mal. Schaut mal. Schraubendreher. Kein Schraubenzieher. Es ist ein Dreher. Spray. Wuhu! Holy shit! Oh mein Gott. Boah, alter Schwede. Leck mich am Arsch. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße, wo? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Das ist die Frage. Wo lang? Oh mein Gott. Nein, nein. Nein. Und Scheiße, wer seid ihr? What the fuck? Der war gut, Kamero. Und Scheiße, wer seid ihr? Da müssen wir hoch. Achso, da ist ein Stuhl. Let's go. Let's go. Okay, let's go nicht. Let's go nicht. Oh mein Gott. Das Spiel ist extra so programmiert, dass ich mit der Maus... Schaut mal. Wenn ich schnell gucken will. Seht ihr das? Dann spinnt die Maus. Das ist beabsichtigt. Das ist so räudig. Das ist so abgefuckt räudig. Nimm die Scheiße. Wo ist die Markierung? Hier. Oh, fuck. Ja. Juhu. Oh, Scheiße. Oh, nix. Oh, ho, ho. What the? 1, 5, 6, 2. Merkt euch. 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2, 3. An den Zitten hab ich schon mal genuckelt. Halt das nicht mehr aus. Ich 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 bin nur ein Kind. Ich bin nur ein verficktes Kind. Ich bin nur ein verficktes Kind. Ich wurde auf die Welt geholt. Ich wurde nur auf die Welt geholt. Emi. Keiner hat mich gefragt. Willst du geboren werden? Willst du sterben? Da ist ne Wolke. Das ist ne scheiß Wolke. Nimm. Nimm den scheiß Stuhl mit. Nimm. Nimm. Achso, da waren wir schon. Ich hab keine Energie mehr. Wir müssen kurz warten. Leck mich am Arsch. Und danach warten wir. Da vorne liegt was. Wir haben immer noch keinen Screwdriver. Schraubendreher. Oh, scheiße. Leck mich am Arsch. Ach, da waren wir schon. Wo ist der? Wo ist der? Hier waren wir noch nicht. Das ist ein Labyrinth. Hier waren wir noch nicht. Da waren wir schon. Dort haben wir noch nie. Hier habe ich noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und den brauchen wir! Da waren wir schon Wir gucken nochmal kurz Da waren wir schon Ich krieg die Krise Ich glaub es gibt zwei Orte davon, ne? Ich glaub es gibt zwei Gameros davon Da waren wir schon, okay Da hinten waren wir auch schon, okay So, jetzt sind wir Äh, ne Runde gelaufen Gut, dann gibt es tatsächlich nur noch Ein Ort, wo wir noch nicht waren Und zwar hier Wartet mal, wartet mal, wartet mal Was ist hier? Ich glaub das ist der Ausgang, ne? Also wenn, dann müsste das der Ausgang sein Screw, scheiße Fuck Okay Okay, okay Für mich auch, für mich auch Jules Für mich auch Ich bin zu verenglicht Oh, das ist neu Okay, das ist neu Let's go Hier ist ein Stuhl Da in der Mitte müssen wir Ne, da waren wir schon Da? Ne, da waren wir schon Hier, hier ging's raus 1, 5, 6, 2 Hatten wir Ah, scheiße Okay, das hatten wir schon Mann Ah, wir müssen kurz warten Wir haben keine Energie mehr Fuck So, da waren die Puppen Oder sind die Puppen Und da geht's wieder raus Das heißt, wir müssen nochmal zurück So, wo ist der Schraubenzieher? Der muss irgendwo hier sein Da waren wir schon So Okay, wo bist du, Schraubenzieher? Hier muss noch ein Weg Sein Da waren wir schon Ich hab jetzt überall Hallo City Hallo Schwarze Ausschiede Ich hab überall Hab ich jetzt Die Stühle aufgestellt Um einfach Kognitiv zu wissen Dass wir da waren Das Wort Kognitiv Ist frei erfunden Ah ja, hier waren wir noch nicht Doch, hier waren wir schon Da geht's wieder zurück Hier ist Verstecken So, Moment 1, 5, 6, 2 Das hatten wir schon alles Was? Irgendwas Okay Okay Okay, ich weiß, wo lang Wir müssen Da landen Oh, scheiße Okay, wir haben's Wir haben's Wir haben's Fick dich Fick dich Fick meine Mutter Alter Lieb mich am Arsch Scheiße, wir brauchen nur einen scheiß Schraubenzieher Da waren wir schon Wir sind doch nur ein Baby Wir sind doch nur ein Baby Warum? Warum macht uns das Ganze Nee, komplett zurück nicht, ne? Ich glaub nicht, Chat Eine neue Tür Hier Haben wir übersehen Wohin, wohin? Schoki, Schoki Nimm Schoki Ich kann sie nicht nehmen Ich kann sie nicht nehmen Ich hab noch 8 Das Leben Nimm sie mit Scheiße Scheiße, hier muss doch Hier muss es doch irgendwas geben, Chat Fuck Fuck Hier ist nichts Fuck Oder? Die Pfeile zeigen nach Oh, das ist neu Das ist neu Das ist neu Das ist neu Okay, scheiß drauf Das ist neu, oder? Oder sind wir nur auf der Da ist der Schraubenzieher Nein Was soll ich nehmen? Job Scheiß drauf So Übrigens hätten wir mit dem Oh, das ist das Was soll ich um Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Und das weiß ich zu eine Million Prozent, Chat. Wir müssen durch die Luke und da finden wir den Schlüssel. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, Ella. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jackpot. Nein. Wir brauchen einen Reifen. Ist da oben was? Nee, hier ist nichts. Scheiße. Na, scheiße. Oh, wir sind hier so offen. Go, Sala. Wir sind hier so offen. Ich habe keine Energie mehr. Wir warten einen kurzen Moment, okay? Wir sind ja auch nur schließlich ein Baby. Okay, scheiß drauf. Wir warten nicht. Hier vorne müsste es sein. Scheiße, nee. Nicht hier. Hier vorne. Hier, hier, hier. Göttchen, liebes Göttchen, warum bist du hier? Hier, da ist noch eine Puppe. Hier, bau noch eine Puppe, Chat. Eine einzige Puppe noch. Eine einzige Puppe. Na, bringt nichts. Das bringt nichts. Scheiße, ey. Und wir müssen eigentlich noch eine Tasche finden, ne? So, und hier muss irgendwo noch was sein. Hier muss noch ein Ventil sein. Oh, fick dich. Fick dich. Ich glaube, wir sind aber richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da waren wir ja schon, aber hier kommt noch ein Ventil. Für den Schlüssel. Muss. Hier, hier irgendwo. Da vorne, da vorne. Perfekt. So, und hier muss der Schlüssel sein. Und das ist die Frage, wie wir wieder zurückkommen. Wie kommen wir zurück? Das ist die Frage der Fragen. Lieber Gott, nein. Lieber Gott, nein. Lieber. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Als ich die Leiche gesehen habe, wusste ich es. Wir gehen da lang. Warte, 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 warte. Oh mein Gott. Kommt er durch? Aha, du kommst nicht durch. Aha, du kommst nicht durch. Du kleiner Ficker. Aber wir brauchen... Moment, Moment. Wir müssen zurück. Ne, der ist da. Der ist da. Seht ihr die Zintake? Scheiße. Fuck it, ey. Fuck it. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Fuck. Oh, scheiße, 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 scheiße. Die hat Aiden gesagt, die Bitch. Oh, die hat Aiden gesagt, die Bitch. Aiden? Aiden? Fuck. Wo ist der Schlüssel? Aiden. Nein, nein, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, Platin. Du brauchst keine Angst zu haben, Aiden. Du musst zum Arzt. Komm mal, Babyboy, du musst keine Angst haben. Ich erzähle dir was. Du kannst alle deine Lieblingsspielzeuge mitnehmen. Du wirst niemals Angst haben, Aiden. Lass uns gehen, Aiden. Lass uns gehen, Aiden. Die werden dich immer beschützen. Solange sie zusammenbleiben. Pack sie alle zusammen. und alles wird gut, Aiden. Oh, what the fuck. Aiden? That is a love like name. I'm gonna name you Aiden. Just like your grandfathers. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst Vater lieben. Du wirst das glücklichste Kind, äh, werden oder sein. Boah, Chad, so was, so was, äh, 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 äh. Schau mal, du hast ein eigenes Zimmer. Wir werden, wir werden eine große Familie sein. Du wirst eine große, liebevolle Familie haben. Magst du das, mein Junge? Ich übersetze, so gut es geht, ne? Ah, schau mal, ey. Du kannst dich damit bewegen. Magst du das? Frag Vater, ob der dir was Neues kaufen kann. Oder ein neues Rad. Na, freust du dich, äh, Freunde, äh, zu bekommen oder zu machen oder wie auch immer in der Schule, äh, Kita oder so? Du wirst, äh, äh, erwachsen. Okay, Moment. Die Mutter hat jetzt gerade gesagt, der Doktor sagte, du kannst nichts zwischen der Realität und, äh, äh, der Gegenwart oder der echten Zeit, äh, äh, unterscheiden. Aber der Doktor wird nächste Woche mehr darüber sagen können. Warum? Warum? Das ist jetzt die Frage, Chad. Warum sagt das die Mutter? Denkst du, ich, äh, würde meinen Teil nicht dazu beitragen? Sagt der Vater. Denkst du, das ist einfach für mich? Warte. Denkst du, das ist einfach für mich, weil du kein Geld machst? Wie soll unsere Familie vorankommen? Wie soll unsere Familie überleben? Und, äh, dann sagt der Vater, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was du sagst. Du laberst nur Scheiße übersetzt. Nicht wörtlich übersetzt, aber das, was er gesagt hat. Ja, das sind, äh, das ist Bier, ne? Ah, da ist wieder Alkohol im Spiel. Wie immer. Wie fast immer, so. Nicht wie immer, aber wie fast immer. Die schlimmste Droge der Welt. Wo warst du? Du bist betrunken. Du bist schon wieder betrunken, ey. Äh, äh, hier, äh, ihr Mann. Du bist schon wieder betrunken. Es kann doch nicht sein, dass du nicht aufstehen kannst. Ich bin nicht betrunken. Du verlierst, äh, äh, den Überblick. Die Realität nimmst du gar nicht mehr wahr, sagt die Mutter. Das ist schon abgefuckt. Das ist wirklich abgefuckt. Hast du jemanden gesehen? Hast du wieder mit dem Hör gefangen? Ist das alles? Was ist das denn mit dir? Du bist pathetisch. Shut up! Shut up! Shut up! Besuchst du wieder? Entschuldigt für die Wortwahl. Besuchst du wieder die Schlampe? Kann doch nicht sein, dass du sie wieder besuchst. Was tust du schon wieder? Halt die Klappe! Halt die Klappe! Das ist das, was er gesagt hat. Oh. Oh! What the? What the? Du bist ein nichts-nutz. Wortless-nutz. Du bist ein nichts-nutz, äh, nutz für die Familie. Halt die Klappe! Sorry für die, äh, für den Ausdruck. Du Schlampe, halt deine Fresse! Sagt er. Ich versuch's so gut wie es geht auf Deutsch so zu übersetzen, dass man's... Versteht! Oh mein Gott, ist das ein Feuerlöscher? Das ist ein Feuerlöscher, Kantana. Leck mich am Arsch. Das ist... Ne, das... Oder? Ja, das ist ein Feuerlöscher. Okay, let's go! Was denkst du, was du da tust? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hallo, Walt! Der ist... Du verfickte Schlampe. Entschuldigt für die Wortwahl. Oh mein Gott, schlägt der die? Oh mein Gott, das sind wir. Oh nein, 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 nein. Sagt bitte nicht, dass der Vater die Mutter so geschlagen hat, dass sie gestorben ist. Bitte nicht. Und das Kind hat's gesehen. Bitte. Bitte nein! Das sind wir. What the fuck? Du kannst mir nichts mehr anhaben, du verdammte Hure. Ich übersetze. Hier bist du. Oh mein Gott. Er hat den scheiß Hammer in der Hand und hat uns gesucht. Wir haben uns versucht zu verstecken als Baby. Und er hat uns gejagt und hat gesagt, das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld, du verdammtes, verficktes Kind. Mit dem scheiß Hammer in der Hand. What the fuck? Aiden. Komm raus, komm raus, wo immer du auch bist. Aiden. Das ist so ein verfickter... Es tut mir echt leid für den Ausdruck. Aber Chat, wir spielen nur ein Spiel. Aiden, wo bist du? So ein verdammtes Arschloch, Chat. Ich bin's, Aiden. Dein Vater. Öffne die verfickte Tür jetzt sofort. Boah, so eine verfickte Scheiße, ey. Wenn, also... Das macht mich... Also, ich bin ein bisschen sauer. Ich weiß, es ist ein Spiel, aber das passiert leider in der Realität. Wakey, 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 Aiden. Wakey, wakey, Aiden. Oh, jemand hat einen großen, schönen Schlaf gemacht. Ich habe deine Lieblingsspielzeuge dabei. Ich komme sofort wieder, Aiden. Oh, Chat, es macht mich so sauer. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, ne? Es macht mich so sauer. Ja. 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 What the... What the f... What the f... What the f... Wir sind beim Arzt. Oh, Alter Schwede, das ist so ein krankes Game, ey. Das Schlimme bei dem Spiel ist, es gibt kein gutes Spiel. oder auch ein schlechtes, äh, kein gutes und ein schlechtes Ende. Äh, ne, es gibt ein gutes und ein schlechtes Ende, beides. Das kann nicht sein. Boah, da werd ich sauer, ey. Ja, das ist das nämlich, Gamero. Das Ende ist schlimmer als das Babyspiel, was du auch kennst. Das ist das, was du auch kennst.